Hi und herzlich willkommen zur hundertsten Folge Hand Showdown. 100 Folgen habe ich jetzt schon hochgeladen, richtig krass. Das ging jetzt auch ganz schnell in letzter Zeit, weil ich ja jeden Tag ein Video hochgeladen habe seit einem Monat. Deswegen habe ich mir was Besonderes überlegt und zwar nehme ich euch mit auf einen Tag lang Hand mit uns. Da könnt ihr selber mal sehen, wie viel Material ich verarbeiten kann und wie viel halt nicht. Ja, es sind super mysteriöse Sachen passiert an diesem Tag, also wirklich super mysteriös. Seid gespannt, da kommen auch Zeitlupen, Einblendungen und so weiter. Also es waren echt schräge Sachen dabei. Im Nachhinein muss ich mir da selber noch am Kopf greifen, warum und weshalb, aber schaut selber. Jetzt bei der allerersten Runde muss ich dazu sagen, ich habe leider ein bisschen zu spät Aufnahme gedrückt. Da habe ich noch so im Kopf innerlich so ein bisschen gepennt. Und da ist Tina schon erschossen worden und ich versuche dann so ein bisschen zu umlaufen. Deswegen, ja, fängt halt mittendrin an. Es tut mir so ein bisschen leid, aber es ist nun mal so. Aber so viel verpasst ihr nicht. So und jetzt viel Spaß mit den ganzen Folgen. Ich schneide die so ein bisschen enger zusammen, dass es nicht allzu lange dauert, das Video. Würde mich über einen Kommentar freuen. Ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, wisst ihr Bescheid, was zu tun ist. Achso, und mein Discord-Server ist eben in der Infobox verlinkt. Jetzt viel Spaß, haut rein. Problem ist, ich komme da gar nicht hin. Ich müsste eigentlich komplett rumlaufen. Das mache ich jetzt. Gegen zwei Mann, gerade drauf habe ich keine Chance im Bumpen. Nee, nee. Die kommen von Devon. Ja. Das ist ja da schon mal nicht, scheiße. Nee. Ja, die hält zwei Minuten, die... Mhm. Schock. Ja. Da laufen sie. Hast du es gesehen? Nee, wo? Ach, da oben. Ja, da oben, da oben, da oben. Die suchen Feuer bestimmt. Joa, das kann sein. Wenn ich jetzt irgendwie da in den Busch hockst, ey, das wäre geil. Ich versuch's. Ich kann von da rum wie von der Biene gestorren. Ich suche dich. Mh. Komm. Scheiße. Die haben wieder Feuer dabei. Nate? Hast du eine Nate dabei? Ja, ja. Die zündet, das dauert zu lange. Ja. Guck mal. Ich warte noch. Oh, die laufen jetzt aber weg, glaube ich. Nicht bewegen. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss, der Suchtfeuer da im Dings. Ja. Habe ich ihn an. Weiß ich nicht genau. Ich glaube, du kannst. Ja. Schnell, bevor er wiederkommt. Danke. Die sind noch da oben. Kommt wieder. Zündet mal ne Nate, glaube ich. Der hat Feuer. Oh, der ist nicht tot. Jo, was? Wie überlebt er das denn? Der ist tot. Schön gemacht. Den anderen hast du auch, gell? Den habe ich auch, ja. Ich weiß nicht, wie der das überlebt hat. Ich habe dem zweimal voll mit der Dings abgeschossen. Mhm. So, wir müssen den Boss machen. Also David nicht. Ich denke mal Cypress. Ja, dann lass uns hinlaufen. Ja. Da rechelt man doch mit, dass ich da die Out move. Also, ganz ehrlich, das... Warst du das? Vor mir! Nein! Am Heuballen? Richtung, ja, genau. Oh, ich kann da hinlösen. Headshot! Ich weiß nicht, ob der alleine war. Du, Dai. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Da steht ein Zombie und macht gerade nichts. Also, da kann keiner mehr sein. Hm. Ja, der war alleine. Nice. Ich hatte irgendjemand bei Steam angeschrieben. Kann auch jetzt nicht gucken mehr. Es ist wahrscheinlich Pitching. Oder wahrscheinlich doch Cypress, wie du gesagt hast. Kann ja auch mal ein bisschen diskutieren und... Ja, ich weiß. ...mal das loswerden. Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Ich habe ja Nägel brennt. Ey, hier ist Zombiehausen. Das ist ja nett nochmal. Okay, knall. Ach du Scheiße. Oh, ich muss mal runter. Ich komme mit. Oh Scheiße, bin ich low. Das war der Typ mit seiner... Das war der Typ, den du eben erschossen hast. Bin mir fast sicher. Ja, Wind fehlt. Also, ich bin mir fast sicher. Ich bin doch nicht alleine. Ich mache schnell den Boss. Oh nein. Ich kriege Instan-Headshot. Das soll ich denn machen? Ist der unten schon? Ja, ne? Ja, ja, ja. Oh, wir sind zu zweit. Ach, du Scheiße. Der hat dich gehört. Ja. Bleib da drin, bleib da drin. Naja, ja, ja. Den habe ich gar nicht gesehen. Stark! Also, jetzt ist es definitiv so, dass du mich nicht mehr brauchst. Hab ja nichts gemacht in der Runde. Ich hätte doch erstmal gucken können, ich Idiot. Na, wird keiner mehr sein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Glaub auch nicht. Ähm, da kommt noch was. 2.80. Nicht dein Ernst. Doch. Ja, ich glaube, das ist einer. Ich guck kurz. Ja, das sieht so aus. Mal den pushen. Könnte man tun, ja. Ich habe noch Blendgranaten. 2 Mal. Ja, und ich ein Problem. Ich komme hier nämlich nicht raus, jetzt. Ich habe noch eine Nade. Was ist hier hinter? Soll ich mal werfen? Warte, ich guck mal. Achtung, weg. Der ist tot. Sehr schön. Ich bin blind. Gegner! Das war uns, das war ein schlechter Sniper-Spieler. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Äh. Lebt er? Wo ist denn der? Hier hinten. Den hat es komplett aus... Was? Der hat es komplett aus dem Leben gerissen. Gute Runde und das bei Nacht, Mensch. Ja, da war echt viel los. Ja. O, schon hat rasiert. Fuck. Oh, ich bin's. Oh, ich bin's. Oh, ich bin's. Oh, ich bin's. Das finde ich auch super wie viele Leute sich in den Kommentaren da beteiligen und dazu was schreiben, finde ich super super gut. Ja, ich auch. So, Reeves. Ja. Der ist geholt hier. Oh, okay. Oh nein. Es wird aber glaube ich nicht shipyard. Oha, die sind da. Oh. Der Boss ist hier, oder? Ich sehe einen. Nee. Hat Hit. Hab ihn. Ich sehe keinen. Tot. Hier war glaube ich noch einer. Haben wir getradet? Oh, getradet, ja. Der hat ne Auto. Ehrlich? Ja. Der hat ne Auto. Wie schön ist das denn? Der Jahn hat jetzt ne Auto. Hihihi. Oh, ganz schön. Mal machen. Ich will grad im Nachhinein. Äh, ja. Ich komm. Okay, jetzt passt's. Oh nein. Ich könnte eigentlich den Boss gebrauchen. Den gehen wir rüber. Ja. Komm, geh mit zur Church. Aber die schießen da oben auch schon. Oh ja. Vielleicht farmen die auch nur. Ah, ich glaube das könnte Planetarium werden. Na, scheiße. Schade. Ja. Naja. Geh mal Richtung Arschgriecher, oder? Mhm. Hallo. 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 Wir haben es heute mit einer gefährlichen wilden Tina zu tun. Das war jetzt zwar die eine Hunde. Mal gucken wie es weiter läuft. Ja. Ne, Planetarium ist schon mal raus. Hm. Nehmen wir Weeping mit, oder? Weeping, jo. Haha. Ein Messer auf mich. Nein. Ah, Spork. Naja, egal. Lass uns da hin. Was ist denn hier so laut? Die Hühner. Achso, dieses... Ne, im Kompon. Das hört sich ganz komisch an. Ja, als ob was brennt, gell? Jaja. Ach. Die Choke Bomb, alles klar. Achso, okay. Jetzt ist sie auch vorbei. Bin ich sicher, ob ich hier oben rein möchte. Na, ich gehe an der Seite und werfe da mal was rein. Tor aufgemacht, ich. Ich traue mich nicht rein, ich stehe in Ruth's Fass. Jetzt komm ich da nicht rein. Hab einen. Sehr schön. Der stand neben dem roten Fass und werfe das rote Fass? Der löscht den direkt. Heißt, der muss hier unten sein. Seh ihn nicht. Oder hustest du? Ne, ne. Stimmt, du bist Frosch. Treff ihn nicht. Hab ihn. Oh, noch einer. Noch einer. Oben oder unten? Der hat ihn aufgehoben. Äh, unten hier bei mir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Tot. Ja, ein wildes Tina. Ich hab's dir gesagt. Nein. Bin ich so. Ja. Ich würde gerne oben nochmal, oder wollen wir links an den Wägen vorbeigehen. Unter einem Eim. Geh mal oben links raus. Ich guck mal eben. Böses Hütchen. Dann muss ich nicht mal forschen. Äh? Wieso ist denn jetzt die Tür zugegangen? Okay, automatisch? Hä? Ne, warte mal. Ich glaub, ich war das. Ich hab dir kein F gedrückt. Ich war das, glaub ich. Aber wie kann ich denn von hier... Machen wir die Tür auf. Hä? Das war ich nicht. Ich komm da nicht dran. Okay. Das spuckt hier. Lass uns bitte weitergehen. Wir können oben raus jetzt? Ja. Runde Nummer 2. Sehr schön. Gute Besserung. Gute Reise. So, sorry. Ich bin wieder da. Mhm. Wovon kann man uns in Fässer getrippt? Mich da unten in die Ecke setzen. Mhm. Ah, aber ich komm unten rein. Oh! Es steppst! Scheiße, ich bin nicht unten. Die Tür ist auf. Geht auf. Wo, äh, unten? Ne, wo? Ne, hier oben. Oh! Scheiße, ich bin nicht unten. Die Tür ist auf. Oh, hier bei mir direkt Feuer reingekommen. Von mir auch ein Hit. Oh oh! Nein! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Klar, unten drin, unten drin! Ich nehm mal auf. Ja. Ich kann keine Nade werfen, weil wir hier. Aber einen. Nice. Aber auch einen. Nice. Einer ist hier draußen noch irgendwo. Oh nein! Da war der Rieselübel. drin! Ja, genau. Oh nein, er kommt! Aber einen. Schön! Nein! Oh! Das stimmt! Den hast du mir genau in die Flinte laufen lassen. Wie geil war das denn? Und wenn ich nicht hätte pingen wollen, hätte ich ihn auch voll gehabt. Weil ich hab nämlich hier auf die Ecke gezielt. Er kam nicht, er kam nicht, er kam nicht. Und ich wollte so, so um die Ecke. Ich kann nicht nur pingen. Doch jetzt. Ich muss mal ganz kurz Benjamin anrufen. Das war's. Alles okay bei ihm. Ich komm so kurz. Die Mose will keiner. Nee, ich hab da gerade nur Muni ausgetault. Ich hab die Avto. Der hat ne Avto! Wo ist der dritte Mann? Ah, hier. Sehr schön. Was machen wir? Gehen wir raus? Oder gehen wir hoch? Raus, ne? Ja, ich würde die in 50er handeln. Ja komm, dann geh mal raus. Wenn's geht, also. Ja. Ja, ich muss auf die Füße zielen. Wenn ich nämlich auf den Oberkörper ziele, schieße ich alles drüber. Ja, einer gibt Füße, einer Bauch und Kopf wahrscheinlich. Ja. Ja. Was aber echt nicht plausibel ist. Der erste Schuss müsste ja eigentlich ein genauer Treffer sein. Ja, richtig. So ist es bei jedem Spiel, nur bei Hand nicht. Ja, und so war's früher auch. Ja, so war's tatsächlich. Der erste war safe und der zweite ist nach oben gezogen. Ja, und dann ist sie ja genervt worden. Genau, als sie den dritten Schuss eingefügt haben. Genau. Äh, noch seh ich nix hier oben. Oh! Schuss. Ich wollte nicht schießen. Hast du geschossen? Alter, weißt du, wie ich gerade hier ins Geburt gehüpft bin? Oh. Ich wollte das nicht. Hab ich mich erschrocken, ne? Ich dachte, ich steh direkt neben mir. Oh mein Gott. Oh. Ich hab nen flinken Finger, sorry. Äh. Du wolltest uns träumen. Oh. Nein, ohne Witz, ich wollte das echt nicht. Gefettfingert. Alter. Scheiße. Ich bin hier gerade ins Geburtstag. Vor allen Dingen, das war auf mich, oder? Ja, das ging knapp an dir vorbei. Oh, ich dachte, ich stinkig. Ich hab schon, ich hab die Avto schon wegrennen sehen. Gehen wir Slaughter? Ja, Slaughter mit mir. Ja, geht Slaughter. Ähm. Catfish, ne? Ja. Nee. Stillwater. Wie? Die Map uns verarscht, oder? Ja. Vorne sind wieder Raben auf der Straße. Auf der Straße. Da sitzen Raben. Ich höre Wasserpinüppel hier im tiefen Wasser. Oh nein, und die haben mich! Oh nein, und die haben mich! Ich höre Wasserpinüppel hier im tiefen Wasser. Ich muss weg! Wir müssen aufhören zu singen. Das ist nicht schön. Also ich muss aufhören zu singen. Aber wieso denn? Ich find das soll toll! Ich hab kein gutes Gefühl hier bei diesem Kompau. Der ist scheiße. Deswegen gehen wir jetzt zum Ausgang nach Montesino. Sorry. Ich geh mal hier runter. Also nicht ganz runter. Ich guck nur mal. Hui! Also nicht zu wachen, sondern runter, oder was? Ja. Was immer ihr wollt? Ich wollte nur den Vorraum sichern. Du bist unten schon? Ja. Ja, wir sind unten. Hallo! Ich seh keinen. Ja, sind aber da drinne. Ich hör die. Der ist weggerannt. Oh nein! Nicht zu dicht ran, nicht zu dicht ran! Oh! Äh! Hab einen! Nice. Wir müssen da rein. Ich komm hier aber nicht rein. Okay. Jan, geh rein. Kann jetzt. Hier ist zu. Hier ist komplett zu alles. Scheiße, hier auch. Komm hier! Oh man ey, ich treff ihn nicht. Jetzt kommen die da, oder was? Eine, eine, eine. A-Bein. Nice. Sehr schön. Soll ich runter springen? Nee. Geht immer noch nicht. Komm hier bei mir. Einer. Nee, der rennt drinnen rum wie ein Gestörter. Der steht hier, Tina! Oh nein. Ich dachte beide wären hinten. Keine Heilung mehr. Oh fuck. Da hinten war einer. Einer. Einer down. Einer down. Der letzte ist... Der hat meine Afto. Schön! Du Affe, gib meine Afto wieder her. Oh, schönes Ding, Alter. Den hab ich jetzt gerade tatsächlich mal für Heilung gelootet. Das erste Mal so richtig ernst gemeint. Aber ich hab nur noch mitgerechnet, dass der da steht. Äh, die Bounty ist hier. Die Bounty ist hier. Oh. Ich brauch so dringend, äh, Munition. Kann nur noch zwei Schuss. Hä? Wieso kann man die denn? Jetzt. Der ist runtergerüpft. Nice. Minus eins. Drei. 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 Alle weg. Jawoll. Mag du Tier. Nein. Hahaha. Die Position ist so geil. Man. Poto. Nein. Nein. Ich will nicht. Oh, ich bin raus. Wir sind alle raus. Oh, scheiße. Hahaha. Und jetzt kommt Simon vorstür. Hahaha. Hahaha. Schnell gucken. Keiner. Papa? Ja und noch? Ja. Guck mal eben noch ne Woche. Ab, 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 ab. Da laufen welche. Oh, ja. Ich seh's. Wo ist da? Da unten. Hier unten am Käfig. Kann schießen, darf ich? Ja. Ja. Headshot. Nice. Einer ist da hinten reingelaufen. Den habt ihr? Ja. Der andere ist dahinter verschwunden. Ist ein Redneck. Äh, ich hab gar keine Reichweite. Ich hab ja gar keine Waffe mit der ich auf den... Ich stehe im Turm und schieß auf den. Genau drauf. Ich vergesse Nades einzuparken. Einer hat Hit. Wo genau sind die jetzt? Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Ich hab keine Übersicht mehr. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Irgendwo hier ist noch einer. Hab ich was gehört. Ich würde ganz gerne die Toten überwachen. Ich hab den durch die Büsche geholt. Ich seh ihn, ich seh ihn. Oh Mann. Oh, einer hier neben mir. Ich treff ihn. Ich brauche Hilfe. Einer ist hier im Haus. Ähm. Wo ging denn das Tor? Wo ist denn das Eisentor? Unten. Unten im Keller. Ich hab ihn gesehen. Hab einen. Hab einen. Hab einen. Hab einen. Hab noch einen. Sehr schön. Was? Hä? Alle tot? Ja. Den anderen hast du ja gekillt. Hier ist ne Uppercut Mark. First. Church. Church. Jo. Hattest du genau so einen Schlaganfall wie ich? Ich hab ihn auch. Ich hab ihn auch. Ich hab ihn auch. Ach du Scheiße. WTF. Hier ist n Perk, Weitwerfer. Hab ich glaube ich schon. Ja hab ich. Könnt ihr sagen haben... Ich krieg Kids, ich krieg Kids, ich krieg Kids. Und alle hat dem Haus. Seine halt. Da oben drauf. Seiner halt. Die schießen durch die Wand. Die schießen durch die Wand. Und? Echt jetzt? Aber wie? Die Sau! Und ganz oben war noch einer. Hast du es gesehen, Marc? Ne, hab ich nicht. Pizion ist Heilung? Ja, ich hab hier. Hat er eine Neto dabei? Ne. Ja... Äh? Hab ich? Ne. Schade. Ich hab noch nicht einen Gegner gesehen. Ach man! Der ist blöd. Was, tot? Oh! Was war das denn? Ja, wie machen wir denn das jetzt? Der kommt angelaufen. Brenne. Ich hab einen getroffen. Ziemlich gut, würde ich sagen. Nein! Oh, oh, oh! Kannst du... Nee. Komm hin, ne? Ich kann leider nichts machen. Alter! Heilung passt alle! Weitwerfer! Haha! Ach scheiße! Ich kann nicht mehr! Runter dir? Ja! Ja! Hm... auch mann also das kann nicht sein ich habe keine heilung mehr ja nur heilung sie ist ich bin nicht voll also ich bin jetzt won't ja aber hier ist nichts mehr hier ist ein versorger da laufe ich kurz hin ok ja ich also bei mir waren alle treffer ok also das war machbar alles und die hatten ja auch da gewünscht aber ähm du brennst wieder ja kann ich aber eigentlich ganz oben drauf siehst du ja ja na hier einer da du brennst immer noch sogar ja du hast unten hingeworfen ne oben hin ne ne unten ist runter gefallen ja ich bin wieder getroffen worden ich muss wieder zum wagen zurück ja lass mich brennen scheiß drauf hauptsache die kriegen die Afto nicht um hunt Tina wird gepusht Nice, Tina! Einer weg! Einen hab ich! Einer über mir direkt! Jetzt ist hier kifft! Einzige Chance, wie ich reinkommen kann! Ja, direkt über Ah! Versaust! Oh, ich bin fest! Mann! Bin ich auf ein Loch in der Wand? Springt der da runter? Guck mal dich erst mal um die anderen beiden! Der ist weg! Ja, der wird schon auch oben gehen! Ja! Jetzt, ja! Ja! Denkst, hast du gesehen! Ich hab' mich mit der Nate selbst geholt! Mhm! Und der hat mein Messer überlebt! Was geht denn hier um? Aus meiner Sicht hast du ihn gar nicht getroffen! Ja, kann auch sein! Ja, der hat mich, glaube ich, gesehen da oben! Oh man, wenn ich den eben erkannt hätte als Hunter sofort! Ich hab's ja in der Sekunde, wo ich vorbeigelaufen bin, hab' ich ihn ja erkannt, ne! Schade, schade! Ich mag 4 übrigens nicht so gerne! Das ist so das Sniper-Paradies! Ja! Leute, ich muss was überprüfen! Und zwar, der eine stand da oben auf dem Balkon, und ich bin da in dem Haus die Leiter hochgeklettert! Und der hat mich die ganze Zeit getroffen! Aber der kann mich doch gar nicht sehen! Geh mal auf seine Position! Hier ist ein Trade! Wo stand der? Bullet Grubber, oben drauf! Warte, ich geh mal hoch! Nimm mal! Also gut, da oben hab' ich gestanden, da hätte er mich sehen können! Aber ich bin da die Leiter hochgeklettert und hab' 3 oder 4 Shots gekriegt! Oder sagen wir mal 2! Ja, aber er hat dich wahrscheinlich gehört, dass du die Leiter hoch bist! Und dann hat er da einfach durchgeschossen! Er hatte ja Sicht, weißt du! Ja, stimmt schon! Das war schon sehr strange! Ja! Das war, denk' ich mal, Lack! Ja, ich denk' auch! Naja! Ja, die musst du ja so aufgenommen haben! Wenn du sie ablegst und wieder an- äh... equipst, dann ist das Lack ja raus! Ja! Ich seh' sie! Gepingt! Oh nein! Oh nein! Oh, der schießt mit Feuer, Muni! Er trifft auch gut mit Feuer, Muni! Haben wir Heilung? Ja! Uh! Hat'n' Shot von mir gekriegt! Oben im Fenster! Keine Heilung hier! Hier ist Heilung! Warte, ich guck' noch hier unten! Das glaubst du nicht! Das Video zeig' ich dir gleich! Ähm... Ja! Gut! Ja, lass mich! Lass mich ruhig! Nein! Kann ich noch mal da piepen! Jetzt läuft der wieder weg! Oh, der hat unten rechts bei dem Schuppen gestanden! Ich glaub' ich bin da beholbar! Ich glaub' ich bin da beholbar! Oh, vielleicht aber auch nicht! Oh nein! Oh Gott, so lange hat er die verkackt! Der eine pusht! Wie kann er denn hier pushen? Der lebt immer noch! Was ist denn hier los, bitte? Oh, voll daneben! Fuck! Nice! Oh, voll daneben! Auch ein bisschen ruck! Oh... Oh... Oh, Leute! Oh, Leute! Oh, michgarst du? Jetzt ist das Puhren! Oh... Oh, meinst. Oh, meinst! Oh, meinst! Oh, das ist das Puhren! Oh, meinst! Ja, hat funktioniert. Nice. Bei mir ist der letzte Balken gleich durch, aber das ist ja nix. Guck mal, schaffst du den bei Choke da hin. Warte. Nice. Noch eine. Ich bin zu spät. War ich das? Ach, ist zu spät? Oh, kacke. Hatten aufgehoben. Fuck. Der war doch drauf. Schöne Martina. Nice. Hatten aufgehoben. Das gibts doch net. Was? Pass auf, der hat Slug, ne? Hm. Schade. Schade, schade. Schade. Ich bin wieder komplett dumm gegeben. Wow. Das gibts doch net. Ach wie ärgerlich. Ja, miete. Außerordentlich gut gespielt, muss ich sagen. Ja, sehr gut gespielt. Danko. Schade. Frank Rosine ist dabei. Nice. Froschen auch. Und irgend sonst, guck mich mal an. Hallo? Das ist hier Michael Meyers für Arme. Star Friseur. Das sieht aus wie so ein Star Friseur. Wie Conchita Wurst oder so. Power? Power, ja. Kannst du mir eben als Einschlag geben? Gegner, hier. Hä? Was war das denn? Ich treff ihn nicht. Ich bin so schlecht. Oh Gott, war das schlecht. Ach du heilige Scheiße. Ähm, ja. Info wo? Hab gepinkt. Kein gesehen. Da ist er nach hinten rechts gelaufen. Ich hab einen Shot kassiert. Von der anderen Seite irgendwo. Einer ist hier unter mir. Oh nein. Hä? Hä? Was? Hä? getraded natürlich oh fuck nein ah vorbei Schade, okay, ähm, ähm, das habe ich jetzt nicht verstanden, was da jetzt passiert ist. Ich muss mal kurz eingreifen und zwar die letzten Schüsse waren drauf, also die letzten zwei, wie ihr sehen könnt, waren absolut drauf und, ähm, ich kann es mir nicht erklären, ich kann es mir nicht erklären, jetzt weiterhin viel Spaß. Wie lange die, wie lange die Uppercut eigentlich ist, ist es richtig krass? Die ist richtig lang, ja. Doch, komm. Mit Achtuch. Echt? Ja. Komm mal. Ich habe einen Kamm bauen. Da hinten? Dahinter ist das. Ja, ja. Oh, rechts hat was gehauen. Habt ihr gehauen? Nee. Dann rechts, rechts kommt auch was. Oder ist was. Hab ich auch gehört. Nein. Was denn ins Wasser kommt? Hinter uns! Nein! Sorry! Ja, stand down. Oh nein, er stand doch im Wasser. Oh nein. Hier, hier drin ist einer. Ja, krieg die Tür nicht auf. Ja, das war scheiße. Sorry, Tina. Alles verbrannt. Ich dachte, er wäre im Wasser. Da oben steht die Aftung. Hier kommt noch ein weiteres Team. Scheiße, ich dachte, er sieht mich nicht. Ach komm, ich war ein kleines Stück zu hoch, ey. Gott, so schmerzlos. Sorry, da habe ich euch gekillt. Ich bin mal los. Scheiße, ich habe drei große Balken. Hättest du gesehen. Ich habe vier kleine hinten, ne? Oh shit. Ich bin unkaputtbar. Ja. Äh, Boss. Ähm. Ja, diesmal musst du selbst drauf schießen. Das ist zu gefährlich. Oder... Ne, warte mal. Du kannst... Hier, komm mit. Du kannst ihn hier machen und ich stelle mich hier ans Fenster. Du musst nur ein Stück reingehen. Ein kleines Stück. Also, stehen bleiben, ne? Ja, ein Stück reingehen. Ein Stück reingehen, ein Stück reingehen. Das bin ich mir tot. So? Ja. Bleib stehen. Ja. Sorry, aber das... Ähm... Jetzt habe ich den Kill wahrscheinlich bekommen. Weil ich mache den erst schnell, ja? Ja, ja. Oh, die ist schon klar, ist die ganze... Nein, wir verbannen noch nicht, ja? Äh... Guck mal, ob wir Heilung finden hier. Da fehlt halt ein Balken, ne? Ja, ja, aber wir warten noch, bis hier irgendwer kommt. Hier ist Heilung. Ja, das können wir machen, ja. Ein Gaul. Hier bei mir. Auf besten. Der ist hier bei mir. Der Gaul? Ja. Der kann gut sein, ja. Oha. Anderes Team. Oha. Ah, bye. Hehe. Nice. Ob die das gerafft haben? Ja, ja. Kein. Hast du das was da drin? Ja, ja. Ja, wenn es keiner von denen macht. Es sei denn, das sind Randoms. Dann wissen sie es nicht. Mhm. Ja, du kannst ruhig mal pieken und so, weil ich kann ja hier jederzeit verbannen. Ich stehe direkt daneben, ne? Ja, aber ich möchte nicht, dass sie wissen, dass wir hier drin sind. Also sie können sich's denken, klar, aber ich möchte, dass die hier reinkommen. Kommt nächstes Team? Ja. Langsam rund. Ich seh von hier halt gar nichts. Einer tot im Norden. Nice. Hab's gehört? Ah. Sag ich nice, hast gar nichts gemacht. Hä? Oh, ganz links läuft einer. Das weiß er, dass ich hier drin bin. Verbann mal. Komm. Ja? Ja. Nicht als Heilung nutzen, wenn... Ja, doch, doch. Warum? Ja, doch, lass. 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 Nicht verbannen. Haben wir ja keine Eile jetzt. Wenn sie sich einmal georben haben, kann ich immer noch. Ist der mit der Pumpgun auf mich? Ist der entfernt? Äh, hier bei uns, links am Compound. Links von. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Pass auf, dass die da nicht reinkommen, ne? Wir sind tausend eingängig. Ah, das ist ja noch nicht dran. Jetzt sind sie, glaube ich, dran. Ich geh mal wieder auf Posey. Bist du hinter mir, ja, ne? Ja, ich guck nur gerade, wo du guckst, schießt du da durch diese Lücke da? Ja, da ist eine hier ganz close. Ich weiß. Bist du, bist du. Ja, die sind noch close. Boah, ich hab den perfekten Dings, den Engel, um hier abzuäimen. Er guckt nur leider nicht. Warte, ruh, bitte. Ich glaub, unten ist einer. Gibt's doch unten drunter, Johna? Ja, ja. Ich glaub, hier ist einer drin. Soll ich verbannen? Ich bin low. Mach, mach, mach. Da. Nice, danke, ey. Ich hab's entding gekriegt. Alles gut, alles gut. Wo? Keine Ahnung. Der ist unten drin. Warum schleichst du denn, Junge? Mensch. Ach, ich heil mich mal. Ich war noch low im ersten. Oh, darf ich die UpperCut nehmen? Oh. Ich hab ja nix gemacht, da ist er verbrannt. Oh, das ist scheißegal, wer was macht, oder? Oh. Ich rehm wie das Fenster ab. Hab ich ihn jetzt genommen? Ah, ich hab die Packs, ist auch okay. Ich hatte ihn nackert. Der wäre cool, wenn wir uns kleiden, mal oben. Da hätt ich seh einen. Oh. Warte mal, ich gucke, ob ich auch einen Angle hab hier. Ah, der ist weg, der ist weg. Der ist hinten runtergegriffen. Ich hab noch zwei Schuss. Das ist nicht viel, ne? Ja. Ach. Ich guck mal kurz. Ja. Ja, einer da vorne. Einer? Ja. Ich loote den mal. Weit weg? Nee. Warte. Oh, nee, da sind zwei. Ähm, rechts von diesem Schuppen. Hier, oder was? Ja, zwei Schuss ist natürlich nicht so toll, ne? Guck mal, ob ich hier Muni finde. Hier ist einmal. Hier ist nochmal. Ja, ich hole auch. Unten, oder was? Ja. Hier ist auch, ne? Ja, hol ich gleich. Oh, wir kommen da rüber. Ich muss hier raus. Warte mal, ich werfe mal in der Lage. Oh. Nice, du hast deinen Puschen. Warte, warte. Das war's. Hä? Wie? Ja, das war's. Da waren noch zwei, oder? Nee, war alleine. Das ist ein Vollidiot. Also, wie kann man denn so dumm sein? Der ist ja nicht mal weggerannt. Der hat sich einfach aus seinem Schicksal hingegeben. Äh, wo ist denn der? Ähm, da an der Kante irgendwo. Ich nehm mir jetzt noch die Terminus. Ach, da ist er ja. Hau richtig drauf. Was? Hau richtig drauf. Wie hau richtig drauf? Ja, komm, kennst du doch. Nö. Ey, Olympia am Pferd. Ach so. Äh. Ja, das Video geht jetzt knapp eine Stunde. Es tut mir sehr, sehr leid. Ähm, ich hoffe, ihr seid dran geblieben und euch hat das Video gefallen. Es war wirklich eine Menge Arbeit, das ganze Zeug zusammenzuschneiden und so ein bisschen so zu stauchen. Dass es wirklich nur ungefähr eine Stunde geht. Möchte mich nochmal super bei euch allen bedanken, die meine Videos gucken. Ich bin hypermotiviert, wenn ich die ganzen Kommentare lese. Die ganzen Likes. Das ist echt toll. Das macht momentan echt viel Spaß. Und ich werde weiterhin jeden Tag ein Video bringen. Ähm, mal gucken, ob es ein 200er Special gibt und ob ich mir da irgendwas Besonderes ausdenke. oder ein 150er schon. Wobei ein 150er ist nicht mehr so lange hin, wenn ich jeden Tag ein Video hochlade. Ja, nochmal vielen lieben Dank an euch alle und jetzt haut rein. Bis morgen. Tschüss.